Stille Örtchen sollen saubere Örtchen sein. Ein guter Spruch, aber leider nicht in der Realität bei Billa und Billa Plus in Österreich. Schauen wir uns die Toilette gemeinsam an. Es fehlt an Toilettenpapier. Da wurde schon lange nichts mehr aufgefüllt. Ein Wahnsinn. Und wenn ich an die Sauberkeit denke, die Toilette. Ein Pfui, ein Doppelpfui. Und wenn ich mir die Hände wasche und mir anschließend dann meine Hände abtrocknen möchte, dann steht mir dieser Behälter nicht zur Verfügung. Wann hier das letzte Mal sauber gemacht wurde bei diesem Billa Plus in Österreich, das erzieht sich meiner Kenntnis. Diese Albtraumzustände bei Billa Plus findet man nicht bei Spar. Da sind die Toiletten zum Glück für uns Kunden sauber. Billa Plus ist ein absolutes österreichisches No-Go.